Hallo, wieder mal ein Impuls von mir nach längerer Zeit, aus gegebenem Anlass. Es geht mir heute um zwei Themen, die nur scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist Meditieren, das andere ist die Europawahl. Deepak Chopra, der weise Lehrer, bietet zurzeit eine Meditationsreihe an. 21 Tage lang präsentiert er jeden Tag eine neue Meditation. Jede Meditation ist fünf Tage online. Man kann also heute am vierten Tag noch einsteigen und alle anderen auch hören. Wer von euch Meditieren lieber in einer 1 zu 1 Sitzung lernen möchte, überhaupt Energiearbeit in einer 1 zu 1 Sitzung oder in einer kleinen Gruppe, das geht mit Meditationen auch sehr gut, höchstens vier, fünf Personen, das biete ich an. Und meine Kontaktdaten findet ihr unten. Auch die Sache mit Deepak Chopra poste ich nochmal. Ich selber habe alles, was ich von Energiearbeit weiß, von Meditieren, das sich auf zentrieren reimt, wie ihr wisst, gelernt habe, habe ich von einem Meisterlehrer gelernt, ein großartiger Mensch, der sich aber nicht im Netz bewegt. Und das ist ja zu respektieren. Aber einige Menschen haben von ihm gelernt, seine Energie übertragen bekommen und zu denen gehöre ich auch. Und deswegen biete ich das auch an. Was das nun alles mit Europa zu tun hat? Im ersten Moment nichts. Im zweiten Moment hat Europa natürlich auch mit Spiritualität zu tun. und da man das eine vom anderen nicht trennen kann, so wie eben alles mit allem zusammengehört und verbunden ist, empfehle ich und bitte ich darum, am 26. zur Wahl zu gehen. Die Stimme zu geben, zu erheben für dieses Gebilde, das Europa ist, auf dem wir uns bewegen. Mit Herz, mit Bein, mit Füßen, mit Kopf, mit unserem Bewusstsein. Es ist auf keinen Fall egal, dass man dann sagt, das interessiert mich nicht, ich möchte da nicht hin, ich schwebe auf höheren Wolken. Nein, keiner von uns schwebt auf höheren Wolken, wenn er wirklich ein bewusster Mensch ist. Wählen gehen, am 26. Mai. Danke fürs Zuhören. Ciao.